Herzlich willkommen zu einem Video, heute schauen wir uns von Reobricks aus der Technikserie, keine Ahnung, das heißt GT500. Ich würde sagen, es ist ein Ford Mustang Shelby GT, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich denke schon. Es kostet ungefähr 15€, wenn es in Deutschland kauft, mit 500€ ein guter Deal. Es ist altweit wie ein Speed Champion, die mittlerweile natürlich viel teurer sind, aber mal gucken, ob er auch wirklich das liefern kann, wie ein Speed Champion, Bautechnik und Design. Müssen wir gucken, Design sieht aber erstmal gut aus. Und ja, ich war ein bisschen verwundert, als ich den Karton aufgemacht habe, gesehen habe, dass es eine Riesentüte drin ist, aber eigentlich sogar praktisch, aber ein bisschen unnötig, wenn es nur ein Bauschritt ist. Ich habe noch nie Reobricks vorher gebaut, ich weiß nicht, ob die das bei größeren Sets dann auch quasi so zusammenpacken. Dann wäre es ganz praktisch, hierbei ist es unnötig, aber ich baue ihn mal auf und melde mich dann wieder. Da ist der kleine Fettig, hier drin sind ein paar Sticker, ich habe jetzt nicht alle gemacht, die Scheibenwäfer nicht, keine Ahnung, fand ich nicht schön, aber den Rally Streifen, sagen wir mal Rally Streifen, habe ich angemacht, weil der gefällt mir. Genau, Anleitung funktioniert gut, nur am Anfang war ein bisschen komisch, dass es irgendwie das hier 1, 2 und da 3 ist, aber sonst funktioniert die Anleitung gut. Ich finde ein bisschen schade, dass sie das alles ausgrauen, weil hier ist ein bisschen bunt drin, vielleicht kann ich es auch zeigen, ja hier hinten, hier ist ein bisschen bunt drin, als das Design, keine Ahnung. Das sieht jetzt nicht schlecht aus, passt. Ja, ich mag ganz ausgeraute Bauernleiter nicht so gerne, aber es geht. Und man muss hier kurz sagen, wir würden, wie sie zeigen mit diesen farbigen Noppen, wie das gebaut wird. Aber ansonsten, die anderen hat kein Problem, es passiert immer ein bisschen was, aber nicht zu viel. Und man baut sich einfach schön hier durch und ist danach, ich meine 56 Bauschritten fertig, mit allen Reifen dran und 19 Seiten. Und ja, hier ist die Teilliste, leider ohne Teile Nummer, deswegen bringt die auch nicht viel, aber ja, hier ist die Teilliste. Teile sind exakt kein üblich gewesen, es ging komplett auf, da war ich erstaunt. Man hat hier noch diesen komischen Delfinteiler drin, ich habe mir jetzt nicht gebraucht, keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Aber wir kommen zum Auto, das ist der erst mal so interessiert. Zum Spiel ist das Ding mittenmäßig geeignet, denn, ich schiebe es euch mal an, das hat sehr viel Reibung auf der Hinterachse. Also, es rollt nicht gut. Finde ich ein bisschen schade, aber es ist ein Speed Champion und der steht bei mir im Regal, von daher ist mir das egal. Er hat zum Spiel ist das Ding geeignet. Vielleicht auch zum Bauen ein bisschen zu kleinteilig für so ein Kind zum Bauen. Aber der Bau, super entspannt, Teile sind gut, Bautechnik ist er auf jeden Fall spannender als ihr hier, wenn ich das letzte gebaut habe. Und er kommt schon mal dran an Speed Champions. Wo ich überrascht war am Anfang, dass man die Bodenplatte, das nicht, dass das Standard-Legbeteil ist, wahrscheinlich weil es geschützt ist, sondern man baut das. Es sind mehr Teile, deswegen ist es aber nicht weniger stabil im Bau, es ist durchgehend stabil, man hat mehr Teile. Besonderheit bei diesem Ding ist ja quasi, dass sie eine Tür haben. Jetzt ging die Tür gerade gut auf, aber bei der Tür kann auch leicht passieren, dass man sich, wenn man zu weit hier drüber geht, dass man sich das hier so abrupft oder so. Hat eine Tür. Brauche ich jetzt nicht für meinen Speed Champions, weil dadurch entsteht halt dieses Ding hier. Sieht ja nicht ganz so schön aus, wie wenn es einfach zugebaut ist. Aber, ja, trotzdem, ich muss generell sagen, der ist natürlich ein Muster, gar keine Frage. Er sieht richtig cool aus. Ich mag ihn von der Optik. Also optisch ist es schön und hier fehlt einfach nur dieses Mustern-Logo und dieses perfekte Mustern. Ja, ich finde er ist designmäßig klasse gelungen. Bau macht auch Spaß. Dadurch, dass er ein bisschen bunte sind drin, hat er nämlich hier vorne auch mal ein bisschen bunt verbaut, ist es nicht im Suchen nicht ganz so schlimm. Farblich, das ist nicht einfach nur grau da, ist mir ein bisschen weiß und schwarz. Nein. Ja, er macht wirklich Spaß im Bau. Also ich bin wirklich purzig überrascht, man muss bedenken, das Ding kostet 15 Euro, wir haben 580 Teile knapp. Das macht Spaß, gute Teile. Das Ding macht Spaß. Ich war richtig purzig überrascht, als ich ihn gebaut habe, der hier so, hm, war im Bau. Richtig cool, Sticker sind dabei, ja, okay. Nicht viele, aber guckt euch an, das Auto sieht doch einfach gut aus. Und damit ist das durch. Gute Teile noch dazu. Bau, wo nichts direkt auseinander fällt. Das einzige, was im Bau ein bisschen komisch ist, man setzt das Ding hier. Da unten ist diese, da kommt dieser Pin hoch quasi. Man drückt die Woundprint mit Loch in der Mitte da rein. Das ist mal kurz ein bisschen komisch. Mal gucken, dass es passt und dann nicht auseinander fliegt. Aber wenn man vorsichtig drückt und nicht zu feste, passt das. Genauso wie das hier, um mal kurz die Rücklichter, diesen bisschen im Winkel, die anzubringen. Kurz gucken, dann sitzt das super. Hier haben wir auch einen Diffuser. Ich mag dieses Auto einfach sehr gerne. Es ist gelungen und man kann das Ding aufmachen. Aber, naja, warte halt. Bevor wir das aufmachen, kommt das eine Problem, was ich mit diesem Set habe. Hier hinten ist ein Sticker. Erstmal nicht das Problem, aber dieser Sticker ist zu groß. Man sieht, ihr geht da rüber. Ihr seht den hier die ganze Zeit hier. Das ist für eine Plate gedacht, aber es sitzt nur auf einer Skisloop. Und der ist halt nur zwei Drittel lang in der Höhe und nicht im ganzen Brick. Ein bisschen blöd. Ja, aber hier innen drin sind Sitze. Ja, keine Noppen unten, aber ist ja nicht schlimm. Keine Figuren reinsetzen. Es sind natürlich keine Figuren dabei. Also kurz den Mittellenkrad mit sitzen. Ein bisschen bunt. Warum nicht? Ich mag es. Also, ich war wirklich positiv überrascht von dem Auto. Und da bin ich froh, dass ich im Keller noch den Nicht-Estimaten-Vulkel von denen habe. Also, es ist ein Vulkeln. Und ich glaube, da werde ich mir auf kurz oder lang auch noch die Viper zulegen, die sie haben. Weil, ich bin positiv überrascht. Das Ding sieht wirklich gut aus. Das kann konkurrieren mit dem Speed Champion. Guckt euch den an, der ist cool. Ich weiß nicht. Wenn jetzt noch heuen würde, wäre perfekt dieser Sticker nicht kurz wäre, dann bin ich kritiklos. 15 Euro Preis läuft. Natürlich ein bisschen kann man schmecken mit dem Preis, weil du kriegst den Mold King Variante auch für 15 Euro mit Vitrine. Aber trotzdem 15 Euro dafür ist fair. Kann man gar nichts gegen sagen. Oh, da muss Lego sich langsam wirklich in Acht nehmen. Weil Lego kostet die Speed Champion jetzt 27 Euro. Und bietet genau das. Mit mehr Stickern. Hm. Ich lasse es mal so stehen. Ich mag ihn sehr gerne. Ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr den Speed Champion mögt. Probiert den mal aus. Ich weiß nicht, wie die anderen von Rehobricks sind. Ob die genauso gut sind. Probiert ruhig jeden Mustern hier mal aus. Und ja. Oder ist es ein Jedi-Bin. Egal. Es ist ein Ford-Muscle-Cover wahrscheinlich. Ähm. Ja. Ansonsten lasst gerne ein Like, wenn es gefallen hat. Abonniert euch, wenn es nicht verpassen wird. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Set haltet in den Kommentaren. Und dann baut es schon. Bis zum nächsten Mal. Baut gesund. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.